Diese körperliche Beziehung zur Geige finde ich wunderbar. Du legst sie auf die Schulter und dann irgendwie wird das dann ein Teil von dir. Sie könnte auf den Ruhm noch warten, aber kann das auf der Ruhm? Genie auf der Geige. Ich gewagte Frage, Frau Werdinand. Gell. Musiker sind dann am privatesten, wenn sie auf der Bühne sind. Ich glaube, ich bin erst Mensch geworden, als ich Witwe war. Ich fühlte mich noch mehr nervöser. Musiker sind auch Athleten. Es ist eine besonders bei den Streichern. Nein, ich wollte klatschen im ersten Satz, dann hat niemand, nicht so. Als ich Karian vorgespielt hatte, habe ich mit dem Klavierspielen beidesgehend aufgehört. Ich bin sehr glücklich darüber. Denke, was für eine Konkurrenz ich gerade hätte. Ja, ungeheuer. Untertitelung des ZDF, 2020